Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Samstag. Heute ist der 13.05.2023. Es ist 10.07 Uhr. Ich bin seit 7.45 Uhr oder so wach. Habe noch ein bisschen auf dem Tablet rumgetippt, ehe ich aus dem Bett geraubt bin. Und jetzt war ich ganz entspannt ausgiebig baden und werde jetzt erst mal nach draußen gehen zur Post. Und dann vielleicht auch nochmal beim Rewe vorbei. Mal gucken, was sich so auf dem Weg ergibt. Wir haben gerade 18 Grad in Berlin, 19 Grad. Da kann ich eigentlich im T-Shirt rausgehen. Und dann lade ich mal zum Podzimmer Platz, gehe wie gesagt zur Post, dann zum Rewe und dann wieder zurück. Und dann habe ich auch ein bisschen Bewegung und frische Luft heute gehabt, bevor ich dann nachher um 14 Uhr den Stream anmache. Ja, ansonsten, die Woche war gut. Wir sind gut ins Wochenende gestartet. Mit wir meine ich eigentlich mich. Gestern nach der Arbeit habe ich ein bisschen gestreamt. Dann haben wir einen Film geguckt. Und dann habe ich noch Serien geguckt. Und dann bin ich ins Bett gegangen. Bis 18 Uhr gespielt. 19 Uhr Film geguckt. 21 Uhr 15 waren wir fertig. Dann sind wir unserer Wege gegangen und mein Weg endete auf der Couch, wo ich noch Serie geguckt habe. Ich habe gestern mal angefangen mit der Amazon-Serie Outer Range. Irgendwie so eine Science-Fiction-Serie in den USA mit irgendwelchen Cowboys und irgendeiner Range und Kühe. Und mal gucken. Habe ich die erste Folge geguckt. Ich habe gestern Watchmen die Serie zu Ende geguckt. Weiß nicht, ob ich so glücklich bin mit dem Ende oder dem Cliffhanger, der ja nie irgendwie zu einer Fortsetzung geführt hat. 2019 kam die Serie. Und es gab eine Staffel. Acht Folgen, glaube ich. Neun. Und das war es. Die war gut gemacht. Hat mir wirklich gut gefallen, die Serie. Aber leider nicht über eine Staffel hinweggekommen. Und dann haben wir gestern noch Pieces of a Woman geguckt, den Film. Zusammen mit Arnie und Buff. Über eine Familie, Mann, Frau, die ein Kind kriegen und aber aufgrund einer Hausgeburt das Kind verlieren. Und die Beziehung so auseinanderbricht. Und sehr dramatisch alles. Also ich glaube, 2020 kam der in die Kinos. Und wir haben ihn gestern geschaut. War schwere Kost, sage ich mal. War schon schwere Kost, ja. Ja. Ansonsten schauen wir mal, was der Tag heute noch so bringt. 14 Uhr streamig, dann bis 16 Uhr bestimmt oder sowas. Oder 17 Uhr. Mal gucken, wie lange noch Resident Evil 4 geht. Wir sind ja jetzt im Kapitel 14 von 16, glaube ich. 14, 15, 16. Drei Kapitel noch. Das sollten wir eigentlich heute schaffen. Vielleicht mal bis 18 Uhr. Ich weiß es nicht. Wir kicken mal. Ja. Gut. Dann bewege ich mich mal nach draußen an die frische Luft. Lauf ein bisschen durch die Gegend. Sage Hallo zu den Leuten, an denen ich vorbeilaufe. Ich hoffe, dass sie mir nicht eine reinballern für meine seltsame Verhaltensweise. Und freue mich, wenn ihr nachher vorbeischaut. Und wenn nicht nachher, dann bestimmt morgen beim nächsten täglichen Vlog oder so. Also habt alle einen schönen Samstag. Habt ein schönes Wochenende. Lasst euch nicht ärgern. Und bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.